Ein besonderes Lichtvermögen. Wir wollen aufeinander schauen, uns einander wohlwollend zuwenden, Kraft und Hoffnung daraus schöpfen, dass wir nicht allein sind. Schauen Sie sich um, mit wem Sie hier stehen, neben wem Sie sich stehen. Lächeln Sie einander zu, wenn Sie das wollen, das gibt uns Kraft. Wir sind viele und wir sind alle anders. Das ist die Vielfalt des Lebens und unserer Gesellschaft. Auch wenn wir nicht in allen Belangen einer Meinung sind, wenn sich vieles zuspitzt, stehen wir doch gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte. Das ist Demokratie. Unterschiedliche Positionen in einer Gesellschaft zuzulassen, zu verhandeln und so zueinander zu platzieren, dass es zum Wohle aller ist. Die soziale Plastik geht so. Ich lade Sie nun zu einer Art Schweigeminute ein, ein paar Minuten gemeinsamer Stille. Jede und jeder steht selbstverantwortlich für sich allein und gleichzeitig lassen wir aus unseren Herzen heraus einen riesengroßen, gemeinsamen Resonanzraum für Solidarität und Menschlichkeit entstehen. Der Kanon des Widerstands holt uns dann aus der Stille mit einem Lied heraus, in das wir alle einstimmen können, um gemeinsam zu klingen. Stille führt es einander höher, das jeden Tag zu Mut führt, für Menschenrechte und Demokratie aufzustimmen. Stilleien und die vielen Einladen. Stille. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020